Als Wachoperation bezeichnet man eine Operation, in der der Patient komplett wach ist, um dem Chirurgen helfen zu können, die richtigen Entscheidungen während der Operation zu treffen und die Funktion zu schonen, die gerade getestet wird. Ganz häufig macht man das in der Bewegungsregion oder Sprachregion. Der Patient muss zum Beispiel sprechen, während man operiert und zwar unmittelbar am Sprachzentrum operiert, um genau diese Funktion des Sprechens oder auch des Verstehens schonen zu können. Sprechen und Verstehen sind so komplex, dass man sie mit keiner anderen Methode gut testen kann, außer halt beim wachen Patienten.